Hallo und herzlich willkommen zum heutigen DAX-Signal. Gut, kommen wir erstmal zum gestrigen Tag, als der DAX nochmal nach oben steigt, was er auch gemacht hat. Wir wollten uns long einkaufen beim Aufsetzen von der 10,850 Punkten. Leider ist er nur bis 10,854 anfangs gefallen und hat unser Einstiegssignal um 4,5 Punkte verfehlt. Dann ging es natürlich deutlich nach oben. Unser Kursziel wäre auch gut erreicht worden. Und leider ist der DAX halt nicht vollzogen worden, beziehungsweise das Einstiegssignal nicht vollzogen worden. Ja, schade. Aber so ist es manchmal. Man kann den DAX ja nicht beeinflussen und erst recht nicht, gerade bei 4,5 Punkte. Das war schon relativ gut eingeschätzt, aber naja, so ist es. Wie sieht es heute aus? Man sieht, dass der Zollstreit zwischen China und den USA doch länger dauert und mehr Schwierigkeiten zu erwarten sind bei den Verhandlungen als geplant. Das scheint die Anleger doch etwas zu verunsichern und dementsprechend geht es heute auch wieder weiter nach unten. Zudem haben wir hier bei der 10,920 eine Doppeltop-Formation, wo wir davon ausgehen, dass es heute auch weiter bergab geht und die Erholung erstmal sein Ende gefunden hat. Wo wir unser DAX-Signal heute gesetzt haben, das erfahren Sie in unserem DAX-Signal in Schriftform. Dazu können Sie sich registrieren oder einloggen und dann entsprechend eventuell auch nachhandeln oder beobachten, wie der Markt dorthin läuft. Auf jeden Fall sollte es heute ein Short-Signal sein, da wir davon ausgehen, dass der Markt sich weiter nach unten korrigieren wird. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören uns morgen wieder.